Zwölf Personen stehen um einen Rundentisch herum. Die Gestalt setzt sich auf einen Schlangentrop. Sende die Kraft der Schlange, dass sie uns schütze. Nimm vor uns Gestalt an. Lass uns deine Stimme hören. Sie werfen Kräuter ins Feuer. Rauch steigt auf und darin findet sich eine Cobra. Das gibt es ja nicht. Jetzt muss hier noch was. Die Tötschloch, ob nimmst du. Ja, da kommt noch jemand. Aufjab. In ein paar Sekunden durchsuchen sie das ganze Haus. Ihr könnt gehen, Colin. Ich bleibe hier. Die Tötschloch Brothers und Stimme Die Tötschloch baröre. Die Tötschloch deuter spitze. Die Tötschloch Vielen Dank.